Nach dem erfolgreichen Trierab, den wir im März 2019 veranstaltet haben, haben wir uns nachher entschieden, dass wir wieder einen Bauergleitclub in Rares gründen. Das sind die Rareser Goldbergflieger. Wir freuen uns auf einen schönen Tag, wir freuen uns, dass es schön weiter ist und wir hoffen wieder auf eine erfolgreiche Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.